Okay, wir müssen nach da gehen. Äh, LT, LT, LT. Was sagt mir das? Nichts. Kann ich die abschieben? Nein. Okay. Ach so, ja, ähm. Ich hab wieder ihr Kleid gewechselt. Schon wieder. Aber es ist ja alles in ihrer Fantasie. Kann das ja ruhig mal passieren. Das ist wahrscheinlich die Show vom Zimmermann. Da müssen wir hin. Na? Das Ding können wir nicht besiegen. Gut, dann besiegen wir es halt nicht. Wow. Äh. Wie konnte man nochmal, genau. So, und es gibt auch... Na? Quasi. Es gibt auch ein... Äh... Ähm... Falsche Taste. Ein DLC für dieses Spiel. Das ich jetzt allerdings nicht spielen werde. Denn ich wollte, ähm... Den Kanal mal mit etwas, ähm... Ja, ja, ich wollte euch mal ein paar hochwertigere Videos präsentieren. Und... Da ist... Dieses Spiel, wenn es komplett verrückt ist, steht nicht außer Frage. Ähm... Glaube ich nicht... Schweine Schnauze? Natürlich. Okay, da komme ich dummerweise noch nicht dran. Da ist auf jeden Fall dieses Spiel... Nicht das Beste für. Nein. Sondern... Ich wollte was Neues... Also, ich wollte nicht... Also, was Neues... Mal ausprobieren. Allerdings... Wow. War das knapp. Allerdings... Keine neuen Spiele, denn... Naja... Die werden schon so oft gespielt, da brauche ich nichts dazu zu geben. Wenn jetzt 30 Mal Battlefield gespielt wird, reicht, ähm... Ja, wie soll ich sagen... Wenn ich dann auch nochmal Battlefield spiele und wir das 31 Mal haben... Ne... Lohnt sich einfach nicht. Ich wollte was, ähm... Was ältere Spiele spielen. In der Nacht des Feuers war ich die Letzte in der Bibliothek. Der Scheid, den ich in den Kamin gelegt hatte, glimmte nicht, als ich mit Deiner nach oben ging. Falls doch, bin ich vielleicht für den Tod meiner Familie verantwortlich. Der zweite Schlüssel. Scheinbar... Finden wir immer mehr Hinweise. Auf jeden Fall, ähm... Ich dachte da an... Ja... Vielleicht... Ich weiß es einfach nicht. Aber ich dachte einmal vielleicht an... An sowas wie, äh... Von Dedelec, dem deutschen Entwickler, ähm... Havis neue Augen, oder... Ah, ich hab schon Gänderhaut. Oder... Genotopia. Oder sowas halt schon mal. Oder... Ähm... Counting Ground. Ich habe... Aua. Was kann ich gegen den machen? Aha. Oh. Okay. Ich habe nämlich meine Playstation-Sammlung wiedergefunden und auf dem Flohmarkt ein paar schöne Playstation-Spiele gefunden. Playstation 2. Dachte ich so Ratchet & Clank. Irgendwie sowas in der Richtung. Wäre auch gar nicht mal so schlecht. Also nicht unbedingt Ratchet & Clank, aber wo will ich da hin? Da hinten will ich da wirklich hin? Versuchen wir es mal. Aber halt so schöne ältere Spiele halt. Nein. Lass ich mal. Wo muss ich gerade hin? Da war ich gerade. Hier muss ich weiter. Oder halt ein altes Splinter Cell oder Also ich habe jetzt einen guten Playstation 2 Emulator gefunden. Die Frage ist, ob das mit der Aufnahme geht. Also mit Fraps geht das auf jeden Fall. Das weiß ich schon. Ich glaube Direct Story erkennt das leider nicht. Aber ähm So Playstation 2 Spiele vielleicht mal ein paar gute wenn ihr welche kennt. Unten reinschreiben dann werde ich mir mal angucken. Geh mir nicht auf den Sack. Wir können nichts anvisieren. Was sagst du mir? Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Anstands? Hm Etwas günstiges jede Wette. Okay. Ähm halt so Splinter Cell Chaos Theorie oder Guacamelee vielleicht den Sagst du mir irgendwas? Nein? Oh ich will nicht schießen ich möchte Achso hier muss man das ja gar nicht machen. Also Guacamelee oder sowas ich will die ganze Zeit meine Waffen weglegen weil ich gerade okay das funktioniert nicht gerade noch nebenbei Skyrim spiele was ich oder angespielt habe und noch nicht sehr weit bin. Das will ich vielleicht spielen also vielleicht hier mal auch Let's Playen ich weiß das kann ich alles nicht machen Nein LT Kennen wir den nicht irgendwoher? Also ich habe den Film schon vor langer langer Zeit gesehen ich kenne den jetzt nicht also die Sachen sollen hier alle wieder erkenbar sein aber zu Gänzlichkeit entstellt naja ähm boah ich wechsle das Thema von einem zur anderen Sekunde ne und naja ich spiele auf jeden Fall Skyrim und das ist äh nicht gut wenn man oh das ist schlecht das ist nicht gut wenn man die Waffen in der Stadt halt zieht deshalb lauf ich hasse dich das ist so ein Gegner der einfach nur zum Zeitstrecken da ist ja Skyrim wäre vielleicht mal schön habe ich auch schon ein paar sehr schöne Mods für gefunden also zum Thema Grafik oder sowas ja ähm Haunting Ground wäre vielleicht mal schön das mit jemand anderes zu spielen ich frag da mal an aber ich bin mir nicht sicher das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen im Kasperler Theater gibt's auch nur vulgäre Vermögelstreiterei ok es gibt vulgäre im Kasperler Theater kommt mir jetzt nicht bekannt vor irgendwie hm vielleicht ähm ja ich frag da mal an mal gucken denn das ist so ein eigentlich Horrorspiel nein nein ich möchte da oben hinspie schießen 40 gut wo muss ich denn hin das ist jetzt die andere Frage oh Wasserhof Theater dann gehe ich lieber mal hier nochmal lang denn ich muss ja eigentlich zu Zimmermanns Shop Hallo Hallo Fettin ok hier machst du nichts boah immer die falsche Taste oh gucke mal einer an was haben wir denn hier gefunden ein bisschen Rosenleben dann haben wir hier was zum Kleinmachen gefunden was auch gar nicht mal so schlecht ist Amen Amen